wunderschönen guten tag zu den campfire legends ich habe jetzt gerade mal weil ich finde es rauscht so krass ich habe aber ich kriege das nicht unter kontrolle falls ihr da ideen habt könnt ihr mir das sagen ich finde es rauscht gefällt mir nicht habe jetzt ein bisschen rumgespielt keine ahnung ist auch mitten in der nacht deswegen werde ich jetzt nicht hier noch irgendwie was losbrechen ist wie das quasi ich habe jetzt versucht ein bisschen besser zu machen also go so deckel wer war er denn ich habe nicht gelesen was da steht man war das ziel kümmere dich um den platten reifen ach so rad kreuz wagenheber und immer noch die kabel man gut also das wird ja eindeutig im kofferraum zu finden sein ersatzschlüssel muss ja im auto sein oder wo soll er sonst sein ich mein also der schlüssel ich habe jetzt eigentlich gedacht der hier im auto der muss doch hier im auto sein man kann doch nicht sein ich sehe aber auch gerade gar nichts schlüssel sieht hier irgendjemand was an einem schlüssel aussieht achso handschuhfach verklemmt mist vielleicht kann ich es ja irgendwie aufbrechen wir brauchen jetzt ein meißel gehen wenn wir nicht im auto finden kofferraum kommen wir nicht ran tja junge wer weißt du denn ey können wir im bootshaus muss doch irgendwas nützliches zu finden sein abgeschlossen was für ein unheimlicher ohr das hier wird von minute zu minute schlimmer suche etwas das im handschuhfach wenn du nicht weiterkommst klickst du auf den zurücksetzen button ok was wollen die denn hier von mir dann kann man sich tipps holen hey ich weiß halt nicht so achso warte mal achso ne was ach warte mal ich glaube ich verstehe er ist nur einfach total behindert ja so wie ich das jetzt verstanden habe muss man die scheiße jetzt so lange drehen bis das richtig alles ist ist ja gar nicht nervig oder so ach du kacke ja lol weißt du guck mal die 1 gehört da schon mal gar nicht hin lol tipps freischalten du hast vier glühwürmchen und kannst den tipp freischalten schalte erst tipp 1 frei dieser tipp ist noch gesperrt also die 1 kommt dahin oh gottchen weißt du jetzt muss man auch wirklich wir können das aber auch überspringen ja ist das dein ernst vor allen dingen da dreht sich ja jetzt auch jedes mal wieder oder nicht also die 1 gehört dahin die 4 gehört wohl dahin aber halt nicht so 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 12 13 15 15 14 15 15 Hä, wat? Weil mir die 1 gehört dahin und die 4 gehört dahin? Nutze die Eckfelder oben links und unten rechts, um Teile herunterzubringen, die du noch ändern willst. Die du nicht ändern willst. Nutze die Eckfelder oben links und unten rechts, um Teile unterzubringen, die du nicht ändern willst. Was? Lol, wir wissen auch gar nicht, dass die 1 dahin kommt. Aber ja, das ist ziemlich offensichtlich, ne? Wenn man jetzt mal guckt. Na komm. Ja, die 1 gehört auf jeden Fall dahin. Jetzt ist die Frage, wo gehört jetzt die 4 hin? Oh Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe es, ey. Das ist ja so behindert. Da muss die 2 ja da hinkommen. Und die 3. Alter. Tut mir leid, das hat ja nur 3 Jahre gedauert. Krass, Alter. Vor allem, man kann das Ding auch nicht überspringen, sondern man muss dann Tipps nehmen. Habe ich 3 Tipps? Ach, der andere hat 2 gekostet? Bist du behindert? Da kann man halt ja gar nicht überspringen. Ich brauche Glühwürmchen. Wo sind die? Wenn man die mal braucht, sind sie nicht da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss mich mal anders hinsetzen, ey. Krasser Shit. Ups. Krasser Shit. So. Meißel. Was? Hm, offenbar ist das ein... Ja, schön. Das ist der Meißel. Boah, man guckt nur auf der Dingel und da ist der Meißel. Okay, jetzt ist das Ziel erstmal wieder zum... Ne, hallo? Ich finde einen Weg und kaumzeugen, ja. Was ist das hier? Ach du Scheiße, was ist das denn? Noch ein Rätsel, so wie ich das auf der Bootstür... Äh, äh, dieser Ort jagt mir langsam wirklich Angst ein. Okay, ich verstehe es, aber das machen wir nicht jetzt. Wenn der... Wir müssen das nicht jetzt machen. Wir können jetzt auch erstmal zum Auto gehen. Ja, komm. Stell dir in die Sonne. Ähm, Handschuhfach. Boah, ich muss pissen, Alter. Vor allem, warum macht die Dame nicht einfach die Heckklappe auf? Nein! Und jetzt? Finde einen Weg, um den Koffer, um zu öffnen. Hä? Hier ist aber kein Schlüssel. Ist hier ein Schlüssel? Nein. Hier ist kein Schlüssel. Machen wir in der nächsten Folge. Denk ich. Vielen Dank für Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschossen!